Herzlich Willkommen in Anis Welt, heute mit einer Meditation zur Heilung der Zellen und der DNA, geschrieben von Falko. Heilung der Zellen der DNA Setze oder lege Dich entspannt hin und atme bewusst tief in Dich hinein. Stelle Dir vor, dass alle Deine Gedanken in Seifenblasen gehüllt sind, welche nach und nach verplatzen, bis keine mehr da sind. In Deinem Kopf herrscht jetzt völlige Gedankenleere. Lasse in Deinem Herz eine kleine violette Flamme entstehen. Die Flamme der Transformation. Spüre dieses kleine Licht in Dir und lasse es langsam größer werden. Stück für Stück erfüllt und erwärmt es Deinen ganzen Körper. Es fließt jetzt in und durch alle Deine Zellen. Erlaube ihnen, sich durch dieses Licht zu reinigen und komplett zu regenerieren. Spüre, wie es in Deinem Körper kribbelt und er heilt. Bedanke Dich bei Deinen Organen, dass sie so unerschöpflich arbeiten und schicke ihnen Deine ganze Liebe. Das Licht erfüllt nun auch Deine gesamte Aura, klärt sie und gleicht sie aus. Alle Seelen, welche sich in Deiner Aura aufgehalten haben, können nun zu ihrem Ursprung zurückkehren und erhalten ebenfalls Heilung. Durchflute nun auch Deine gesamte DNA mit dem violetten Licht. Spüre, wie Du freier wirst. Freier von alten Blockaden und Mustern. Lasse das Licht tief in Deine DNA fließen und befreie sie von allen negativen Programmierungen. Lasse sie sich komplett nach dem Göttlichen ausrichten. Sprich nun laut mit. Mein Körper mit all seinen Zellen Seiner DNA und seinem Energiefeld ist jetzt und in aller Zeit frei von allen negativen Energien und Programmierungen. Ich bin jetzt zu 100% offen für die kosmische Energie, damit sich das Göttliche jetzt in meinen Zellen, meiner DNA und meinem Energiefeld manifestieren kann. Manifestieren kann. Danke für diese Erfahrung. Spüre, wie diese Worte in Dir wirken und wie sich Deine Schwingung stetig erhöht. Genieße Deinen Zustand gerne noch ein paar Minuten und komme dann, wenn Du bereit bist, wieder ins Hier und Jetzt zurück. Sprecher, wie diese Auswehrung betrachtet er noch ein bisschen und scheine Worte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020